Heyho und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 4! Nachdem uns der Rückweg abgeschnitten wurde und Kayn nicht mehr da ist, bewegen wir uns nun auf den Weg, weil wir unsere Liebesgefährtin Rosa retten wollen vom Wüstenfieber, worunter sie leidet, in dem wir kämpfen! Und hier hat uns dieser Dungeon ein ganzes Arsenal von Viechern entgegenzustellen. Diese Killer-Fische hier sind empfindlich gegenüber Thundercats. Deswegen werde ich das auch benutzen. Das ist einer der Grunde, weswegen ich Rüdia entsprechend aufgelevelt habe. Was finde ich das Schöne hier dran? Ich meine, das könnte man machen. Oh, Potion. Ähm, ja, Wasser-Dungeon ist empfindlich gegenüber Feuerzeug. Aber nein! Alles, was im Wasser lebt, unter Blitzen zugrunde geht, weil Elektra. Ihr wisst schon, Britzel, Brutzel und schöne Verteilung im Wasser. Deswegen macht das Sinn, dass Fische empfindlich sind gegenüber Stromschlägen. Auch wenn RWE sich über die hohe Rechnung freut. Ähm, ja. Ansonsten, wie gesagt, eigentlich gibt es hier ein riesiges Arsenal an Viechern, was uns das Spiel entgegenwirft. Aber nun gut. Äh, wenn nur die Fische rauskommen. Auf dem Land? Natürlich. Nichts drin, schade. Ja, hoffentlich begegnen wir dem Galdalf. Eine Mischung aus Kardal und Gandalf. Oder so. Ja, äh, sie... Nee, Fengshel heißen die Viecher. Auch empfindlich gegenüber Thunder. Und, naja. Ansonsten, ich habe das Gefühl, dass die Entwickler sich gesagt haben, Oh, 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 oh. Rüdia kann bis zu diesem Punkt noch keinen Feuer zaubern. Da müssen wir sie empfindlich gegenüber Blitz machen. Oh mein Gott, da ist es. Könnte das sein? Das ist es, verdammt. Ich habe die Kluft gedrückt. Das dunkle Schwert. Bla, 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 bla. Was ist los? Ich muss nach Damsian, um meine Tochter zurückzubekommen. Sie wurde von einem vertriebenen Bastard... Äh, Barden. Bastard. Ja, Bast-Bard. Ähm, nein. Von einem, ähm, hinterlistigen Barden betrogen. Wir müssten uns beeilen. Ich spüre ein böses Zeichen. Du musst der weise Teller sein. In der Tat, das bin ich. Dieses Mädchen, sie ist eine Beschwererin. Das rieche ich an ihren Windeln. Perfekt. Sie kann uns auch helfen. Ein gigantisches Monster lauert im See, der vor uns liegt. Äh, dieses Teufelswesen widersteht selbst Magie. Äh, äh. Äh, Fehler. Sie bekommen den Zonk. Äh, ich glaube, wir können es zusammen besiegen. Und ich kann es schließlich, mich auf meinem Weg machen. Wir beeilen uns auch, nach Damsian zu kommen. Dann lasst uns beeilen. You seem trustworthy. Der weiße Teller betritt der Party bei. Und endlich bekommen wir von Ware. Pum, padam, pum, 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 pum. Yay, Gegner. Von wegen. Ganzer Zoo hier drin. Nee. Kommt ja nix raus. Äh. So, jetzt muss ich mal gucken, wo wir hier lang können. So, da oben war was. Habe ich hier nicht mal übersehen? Nee. Oder? Moment. Guck. Hä? Okay, gucken wir später nochmal. So, erstmal müssen wir über das Wasser in die nördliche Region, um einen Gegner zu finden. Ja, Leute, die jetzt hier vielleicht schon in der letzten Folge gut aufgepasst haben, werden bemerkt haben, dass sich die Zeitleiste von Rüdia wesentlich schneller steigert als noch in der Episode hier vor. Daran sieht man mal, was Level alles anrichten können. So, hier sieht man mal wunderbar, wunderbar, gibt es einen Wasserfall. Guck mal dahinter. Ist ja irgendwie. Yay, Rüdia bekommt ein Level. Äh, eigentlich lohnt es sich nicht, das reinzuschneiden, aber egal. Hm, ist das eine Veränderung zum SNS-Fassungsteil? Da war doch auf der rechten Seite eine Schatztruhe. Na gut, vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube es nicht, Jim. Nun denn, äh, fahren wir fort. Werde die Kämpfe ja weitestgehend rausschneiden, wie gewohnt, weil sie dauern jetzt noch nicht furchtbar lange oder sowas. Nein, nein, nein. Aber dieser Dungeon dauert dann doch was länger und ich werde versuchen, diesen möglichst in diesem Video zu durchlaufen. Ist jetzt nicht so, als wenn da mein Leben dran hängt. Oh, neuer Gegner. Sehr interessant. Ähm, gut, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen was hierzu sagen. Diese, ähm, ja das ist jetzt erstmal egal. Die Amöbe hat die wunderschöne Eigenart, dass sie auf Magie kontert und zwar mit Re-Race, was sie, glaube ich, vollständig heilt, sodass mit Magie schlecht dagegen zu kontern ist. Ähm, deswegen werde ich ganz normal, ähm, angreifen mit Rydia, weil auch das Item-Using als Magie zählt. Also, wenn ich ihren Rod benutze. Nicht den Rod Steward und so weiter. Ja, ansonsten, die haben irgendwie über 130 Lebenspunkte oder so. Ihr seht's dann ja hoffentlich, wenn ich dran gedacht habe, das hier mit reinzuschneiden. Ähm, ja, keine Magie halt bei den Viechern. Ansonsten ist die Recallability vom Teller so wertvoll wie die morgendliche Kratzbegrüßung des Po-Pickels. Äh, es dauert einfach viel zu lange und da kommt noch mal nicht mal was bei rum jedes Mal, habt ihr ja gesehen. Äh, wir ruhen uns hier aus. Toll, weil wir hier ein Stück Dreck auf dem Boden haben, oder was? Dieses magische Feld hält alle Monster fern. Äh, ihr könnt ja speichern und ein Zelt oder eine, ein Schwulentriff, ähm, benutzen. Wer weiß, woher ich das habe? 100 Sympathiepunkte. Nein, 1000 Sympathiepunkte. Lasst uns mein Zelt benutzen, um hier zu, auszuruhen und, äh, uns für die, äh, anstehenden Kämpfe vorzubereiten. Ja, toll. Was, wenn man auf den Dinger, gut, gut, ja toll, jetzt zünden die das auch noch an. Mein Gott, wie respektlos die gegenüber magisch-artefaktischen Bodenbelägen sind. Dieses Mädchen ist schon Schachspielerin, ähm, am Schlafen. Sie muss erschöpft sein. Wer ist sie? Sie ist eine Beschwirrerin aus dem Dorf des Nebels. Äh, sie hat großes Potenzial und trägt damit große Verantwortung. Mit dem richtigen Training wird sie in der Lage sein, viele Zaubersprüche zu meistern. Sieh sie an, hat sie nicht ein niedliches Gesicht? Oh ja. Sie erinnert mich an Anna in diesen Tagen. Also bei dem Namen Teller hätte sie Anna in, 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 in Kuchenbesteck oder sowas um, äh, benennen sollen. Wer ist Anna? Meine Tochter, sie ist mit diesem Baden aus Damsian, äh, verbandelt, weil, äh, keine Ahnung, was ich jetzt hier sage, aber ich habe ihrer Vereinigung nicht zugewilligt. Nun, welche Geschäfte treiben euch nach Damsian? Ein Freund von mir leidet, äh, am Wüstenfieber. Ah, also seid ihr dorthin unterwegs für die Sandperle. Es wird nicht einfach sein, sie zu erlangen. Nun, erzähl mir mehr über dieses Monster, das wir bekämpfen müssen. Es ist ein, äh, wieder, ein, 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 ein gemeines Viech mit acht langen Tentakeln. Oh, oh, Tete Glentei-Porno. Wir müssen es töten, um dann sie anzuerreichen. Bevor es zu spät ist. Hoffentlich sieht die PETA nicht diese Episode. Zu spät für was? Ich weiß es nicht. Nur meine, äh, uhr, eigen, urigen Ängste, Instinkte, äh, was, äh, Spielalarm. Ja, Rüdja ist auch bei euch beliebt, habe ich das Gefühl gehabt. Aber ich will jetzt hier erstmal speichern. Alles okay. Bis gleich. Ja, ansonsten, dickes, dickes, sorry, dass das gestern nichts gegeben hat, aber... Meine Arbeit vereinnahmt mich momentan mal tierischst. So, gucken wir da mal. Ein Eisrod, sehr schön. Den rüste ich nach, nach dem nächsten Kampf aus. Dann habe ich einen Grund zu schneiden. Muss ich nochmal machen. Aber es wird sich in aller Gottes auch nicht ändern. Zumindest, äh, in den nächsten Tagen nicht. Äh, morgen werde ich wahrscheinlich auch nicht dazu kommen, was zu tun. Abgesehen von Zombies zu schlachten. Und hier kommt die große Schwäche von Cessl als Dark Knight rein. Er kann die Dinger nicht kaputt kriegen. Ja, sein dunkles Schwert macht da nichts gegen. Und es ist so, oh, ja. Dafür hat aber der gute Teller seinen Feuerzauber. Und sie sind natürlich, was heißt empfindlich, nicht unbedingt, aber... Man kann ihnen mit heilig, heilig Todesstoß... Todesstoß schaden. Äh, was zumindest begrenzt mal ein wenig Sinn macht. Aber, nun gut, es macht auch nicht unbedingt furchtbar viel Schaden. So, gucken wir mal, was der Eisrod kann. Kann ich damit auch mehr? Nein. Mal sehen, ob ich die Dame zumindest partiell auseinandernehmen kann, ob das mehr Schaden macht. Weil Zaubersprüche, elementare Zaubersprüche sind gar nicht so gut. Äh, machen jetzt sogar teilweise, glaube ich, wesentlich weniger Schaden als physische Angriffe. Also bei den physischen Schaden aus Thailand. Ähm, wenn man denn damit keine Schwäche erwischt. Also, äh, elementare Sprüche sind nur dann wirklich gebrauchbar, wenn man damit auch eine Schwäche erwischt. Ähm, deswegen lohnt die sich nicht so unbegrenzt mäßig, will ich es jetzt mal nennen. So, Moment, hab ich hier irgendwas übersehen? Äh, ja, gucken wir einfach mal hier durch. Ja, und sonst befinde ich, aha, ein Bombenfragment. Yay. Ansonsten, ähm, ja, ist Rüdia anscheinend ein allgemein ziemlich beliebter Charakter in diesem Geheimgang. Woaaah. Ähm, in diesem Spiel. Na gut, ist der Frauenbonus. Ich meine, machen wir uns nix vor. Ich rüste eben um. Frauen sind beliebter bei Frauen als Männer und Frauen sind beliebter bei Männer als Männer. Also haben wir die Arschkarte als Männer gezogen. Passiert mal, halt. Und hier haben wir Gigantoat. Äh, die sind ein bisschen kackig, äh, weil sie ganz gerne verforschen. Äh, aber sie sind empfindlich gegenüber, also als Amphibien, empfindlich gegenüber Eis. Und deswegen haue ich die damit ganz gerne aus dem Latschen. Nicht gegen Blitz. Moment, wo komme ich hier lang? Oh, cool. Abkürzung. Yay. Äh, ja, ansonsten. Hatte ich Idiot mal wieder vergessen, den Magierteller in die hintere Reihe zu stellen? Bis zu diesem Zeitpunkt hörte ich euch schon. Oh, Blobs. In die Kommentarbox tippen. Mäh, du vollidiot. Jetzt pack den auch nach hinten. Pack den nach hinten. Der hat vorne nichts verloren. Äh, und das hat sie auch nicht. Ähm, zumindest nicht mit ihren Fähigkeiten. Ja, Teller als auch Lydia können sowohl Feuer, äh, ich meine, können sowohl, äh, schwarze als auch weiße Magie. Und die Blobs sind immer, sind unempfindlich gegenüber physischen Attacken, aber empfindlich gegenüber das Element, dessen Farbe sie repräsentieren, als Rotfeuer. Ich war immer sehr, sehr konfus. Oh, Warp gelernt. Das ist sehr schön, damit kann ich mich auf die letzte Ebene zurück teleportieren. Leider an Gott ist nicht komplett aus dem Dungeon raus, aber, äh, geht halt nicht anders. Ist halt so gemacht. Muss man entsprechend viele Punkte, äh, Magiepunkte aufbewahren. Oh mein Gott, Toadgrö. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Yes! Wuhu! Du kannst mich mal, Frosch! Das ist gerade gar nicht, wie viele Lebenspunkte sie haben. Sie kontern auch mit, äh, auf Magie. Das ist, äh, ja. Entsprechend blöd. Das Schöne ist nur, dass sie eine relativ häufige Drop-Wahrscheinlichkeit haben von, äh, entsprechenden Heil-Items. Oh, sehr schön. Ein Shadow Blade. Ne, da komme ich nicht lang. Ähm. Ja, das Problem, das Pro-Blöde ist. Das Blöde ist, dass die Ausrüstung von Cecil gefunden werden muss. Denn wer bietet schon unheiliges Zeug an? Äh, jetzt müsste ich gerade mal überlegen. War Blizzard gut gegen den Alligator oder? Hupp, probieren wir es mal mit Gemütlichkeit mit. Yes! Oh, ich habe mich dran erinnert. Äh, heil mich. Äh, umtanzt mich. Verbeugt euch von mir, weil ich so ein tolles Gedächtnis habe. Gut, das ist jetzt ein bisschen mit Spatzen auf Kühe geschossen. Ne, Moment, mit Kugel auf Spatzen geschossen. Das führt nach draußen. Die Monster, äh, das Monster befindet sich in der Höhle hier nach. Benutze ein Zelt draußen, wenn du musst. Ja, klar muss ich. Ich benutze ein Zelt. Ich hoffe, ich habe überhaupt welche. Und speichere hier nochmal. Es ist nämlich Oberwelt. Ich meine, macht ja auch Sinn. In wie vielen anderen JRPGs haben wir es, dass der, der... Oh, er ist hier unten. Nein. Sessi geht runter ins Loch. Nein, wir haben was, wenn irgendwie ein Charakter, ein Hauptcharakter, ein Soldat ist. Und dabei die schlechteste Ausrüstung im Spiel hat. Und selbst in der Startstadt, in der das Imperium herrscht oder was auch immer. Gibt es schon bessere Ausrüstung, aber das Imperium war zu, zu, zu geizig, die entsprechenden Charaktere auszurüsten. Äh, ach komm, ich lasse den einfach drin. So, hoffen wir mal, dass der Blizzard Spell... Nein. 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 Wer? Yes, oh, Rüdja. Sie ist schon so grün, dass sie schon wie eine Frosch wirkt. Ich meine, von der Frisur her. Oh nein, sie sind immer nur nicht tot. Verzuhre ich mich? Oh Gott, jetzt habe ich hier einen Teller. Yes, yes, danke, blöder Frosch. Ach, warum verfehlst du jetzt? Blöder Frosch. Yeah. Ich sollte mal nachgucken, ob die... Jetzt reicht es mir. Moment, Blackmagic. Jetzt probiere ich es mal mit Thunder. Äh, äh. Nein. Irgendwie haben die überhaupt eine... Äh, eine Wirklichkeit. Oh Gott. Maidens Kiss, ich benutze es eben zum Entfroschen. Bis gleich. Beten wir, Amen. Amen, 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 dass uns weniger Frösche begegnen auf dem Weg. Sie sind paarungsbereit und wollen Hades Handschuhe kaufen. Ich, äh, muss mich eben umziehen und Cessler schämt sich. Also bis gleich. So gut gerüstet kann der nächste Gegner nur noch eine Kleinigkeit sein. Zumindest, sofern er kein Zombie ist. So, gucken wir nochmal, was wir hier haben. Aha, das... Äh, okay, ich zieh mich nochmal um. Oh, ein verräterischer Zettackele-Tai-Porno. Das ist, äh, da oben. Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Äh, äh, Scheibenkleister. Wenn ich diese riesigen Zombie-Gruppen hasse. Hallo. Hier ist er. Oh mein Gott, wir werden umzingelt. Von vier Krankenteilen. Achtung! Vor Boss-Time. Gegen Okto-Octo-Mammoth. Oh, es ist ein Joker-Fisch. Ähm, ja, ist empfindlich sogar gegenüber... Äh, Darkness, also Dunkelheit. Deswegen macht Cessle richtig ordentlich Schaden. Und es empfindlich gegenüber... Donner. Deswegen kapiere ich nicht, was Teller ja für Würstchen brät. Wenn er sagt, äh, ich bin unempfindlich gegenüber mein Zeug. Ja, kein Wunder, wenn du jetzt ein Blizzard einsetzt oder so. Ja, wir haben den Schokobo-Spruch und der ist sogar stärker im Falle von Rudi als ihr Blitzspruch. Deswegen werde ich den Schokobo-Spruch. Ja, gut. So wenig, äh, so viel... So viel Schaden macht's nun doch nicht. Oh, sogar ein kritischer Treffer war das, glaube ich. Also rufen wir unseren gefielerten Schokobo-Freund. Denn wir sind blöd genug, dass wir uns nicht einfach auf seinen Hintern schwingen und einfach über ihn drüber wegreiten, weil der Schokobo scheitert es ja zu können. Sondern wir müssten in seine fröhliche Fresse treten. Ja, das Schöne ist, ähm, seine Lebenspunkte werden quasi durch die Anzahl... Moment, wer hat jetzt Schaden gekriegt? Äh, ach egal, es sieht noch ganz gut aus. Äh, was wir jetzt gesagt haben... Ah ja, seine Lebenspunkte werden sozusagen durch die Anzahl seiner Tentakels, äh, angezeigt. Und ja, eigentlich ist, äh, der gute Cecil so der Trumpf hier im Kampf, weil er den meisten Schaden macht. Oder ist das wie gar nicht empfindlich gegenüber Blitz? Hm, naja, ihr wisst mehr als ich jetzt gerade. Ja, und, ähm, ansonsten, er ist nicht wirklich schwierig. Also Recall werde ich hier definitiv nicht einsetzen. Wie gesagt, es dauert einfach viel zu lange, bis die Zeitleiste sich auffüllt. Interessant ist übrigens, dass Final Fantasy IV der erste Teil der Reihe war, der das ATB eingeführt hat, also das Active Time Battle System. Sprich, dass es nicht nur, oder nicht mehr so richtig rundenbasiert ist, sondern jeder Charakter, jeder Gegner über eine Zeitleiste verfügt, die sich auffüllt und dann ein Befehl angegeben werden kann. Nur, beim originalen Final Fantasy IV war es so, dass diese Zeitleiste gar nicht erst angezeigt worden ist. Sondern, das hat er einfach pling gemacht. Äh, sehr gut, er wird schwächer. Ähm, ja genau, also die Zeitleiste ist gar nicht erst angezeigt worden, sondern die Charaktere waren halt einfach irgendwann mal dran. Und, ja, in dieser Version kann ich hier sogar im Optionsmodell einstellen, dass man die Zeitleiste nicht sieht. Ist, äh, ja, keine Ahnung, wenn ihr das lieber so haben wollt, dann kann ich das gerne so ändern. Ich kann sogar in der Option einstellen, ob ich Charaktere mit Charakterzüge überspringen kann oder nicht. Yeah, Damsian ist hinter dem Wasserfall. Schon wieder irgendwas hinter dem Wasserfall. Doch was wird uns in Damsian erwarten? Werden wir eine Familientragödie erleben? Wird die Tochter uns um den Hals fallen? Und was ist aus Keen geworden? Erfahren wir es in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy IV. Wenn sich der Staub gelegt hat.